Moin und willkommen bei FlixFlex. Heute im letzten Video zur Designvorlagenerstellung. Wir haben uns ja bereits angeguckt, dass wir hier unseren Arbeitsplatz so eingerichtet haben, dass wir perfekt nichts weiteres brauchen, als die Informationen, die wir im Research gesammelt haben, um unser Design zu erstellen. Jetzt im letzten Schritt, der ist einfach nicht ganz so wichtig, würde ich mal sagen, geht es darum, dieses ganze Layout einfach nochmal ein bisschen schöner und übersichtlicher zu gestalten, damit ich persönlich mich zumindest einfach ein bisschen besser nochmal wohlfühle hier im Arbeitsbereich. Dafür würde ich jetzt einfach mal so kleine Umrandungen unter die einzelnen Abschnitte packen, indem ich jetzt hier einmal so ein Viereck aufspanne, den Inhalt rausnehme, die Kontur weiß mache, eine passende Dicke auswähle und das dann quasi hier die Vektoren auf der einen Seite rein platziere. Das gleiche können wir hier unten auch nochmal mit dem Text machen. Können wir dann auch nochmal ein bisschen größer machen. Zack, dann packen wir die nochmal nach rechts. Sonst hier nehmen wir dann unsere Schriften rein, die wir reingestellt haben und das gleiche machen wir dann auch nochmal mit unseren Farben. Und ich finde, dadurch wirkt es einfach nochmal ein bisschen ästhetischer, ein bisschen übersichtlicher, dass man genau weiß, okay, hier sind die Farben. Man könnte denen jetzt, wenn man möchte, auch noch so kleine Überschriften geben. Je nachdem, hier seid ihr einfach ganz freigestellt, dass ihr euren Arbeitsplatz hier gut einrichtet, dass er euch gefällt. Ich finde es ganz cool, sich so ein bisschen dann hingehend noch selber kreativ ausleben zu können, zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt hier ein bisschen gestalten, dass es mir gefällt. Genau. Im letzten Schritt soll ich jetzt einfach nochmal darum gehen, wie wir das Ganze überhaupt als Vorlage abspeichern können. Und zwar gehen wir hier oben dafür auf Datei und dann auf als Vorlage exportieren. Dann kommen wir hier in Ordner, könnt ihr einfach irgendwann ausnehmen. Ich habe hier eben einen, wo ich generell meine Sachen ablege. Das nehmen wir jetzt einfach mal YouTube Template, speichern das. Und wenn wir jetzt das nächste Mal was öffnen wollen, also eine neue Datei, beispielsweise hier dann einfach auf Neu oder Steuerung N drücken, müssen wir hier rechts, hier links unten auf Vorlagen gehen, dann den Ordner auswählen eben, den wir haben möchten und gehen dann hier eben in unserem Fall auf YouTube Template, drücken drauf, erstellen und schon haben wir eine neue Variante von dem, was wir eben schon hatten. Können das dann abspeichern und uns eine passende Nische eben dafür raussuchen. Hier haben wir Traktor, keine Ahnung, kommen wir jetzt Feuerwehr. Ich weiß, es sind jetzt klassische Nischen, aber das jetzt als Beispiel, ihr wisst, wie ihr das Ganze machen könnt. Und das soll es eigentlich dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen für eure eigene Vorlage, die ihr erstellen wollt oder so. Vielleicht habt ihr irgendwas, was euch noch irgendwie wundert oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ansonsten soll es das gewesen sein für diese Designvorlagenerstellung und dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und yes, ciao, ciao!